Am 26. November 87 wurde im Stadtbezirksgericht Berlin-Mitte der Prozess gegen Ronny Busse, Thorsten Brandt, Sven Ebert und Frank Rischitz geöffnet. Es gibt in unserem Land neofaschistische Jugendgruppen. Ihre Merkmale sind unter anderem rücksichtsloses und brutales Vorgehen gegenüber Andersdenkenden. Ihre erklärten Feinde sind Ausländer, Juden, Rote, Langhaarige, Punks, Homosexuelle, Anarchisten, Linke, Christen und alles sogenannte Undeutsche. Der Sozialismus darf nicht zerredet werden. Wir treten aus unseren Rollen heraus. Die Situation in unserem Land zwingt uns dazu. Ein Land, das seine Jugend nicht halten kann, gefährdet seine Zukunft. Ich mache mir auch keine Illusionen. Mir ist klar, dass ich in einigen Bereichen statistisch gesehen schlechtere Chancen habe, Karriere zu machen. Aber macht mich das zu einer Ossi? Die Ohne guztetent mich, aber die Königkeitscheinander. Denn er gibt einem Henri-Mして, in diesem Jahr.